Und zwar, Hochhaus 14. Stockwerk, einer fährt nach oben, um zum ersten Mal seine neue Wohnung zu besichtigen. Er geht einen sehr langen Korridor entlang und sieht auf einmal vis-à-vis seiner Wohnung eine Tür, einen Spalt geöffnet. Der schaut zu einer, schaut er drinnen beim Tapezieren. Der geht's hin, sagt, Sie, dann da selber tapezieren. Bitte was? Selber tapezieren ist super. Was haben Sie denn, ein Quadratmeter? Bitte 75,6. Warum wissen Sie das so genau? Meine Wohnung, selber gekauft, kauft doch selber untertrimmte Wohnung, die Wohnung gehört mir. Die Wohnung gehört Ihnen. So genau, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Huber. Ich werde zukünftig mit Ihnen Tür an Tür wohnen. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich kann diesen weißen Kalkwänden auch keinen Gefallen abbringen. Ich würde gerne selber tapezieren. Wie viele Rollentapeten haben Sie gekauft? 55 Rollentapeten. 55 Rollentapeten. Gut, der schießt rein zum Baumarkt. Hinkauft 55 Rollentapeten, auf, tapeziert, 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 tapeziert. Bleiben mir 30 Rollentapeten übrig. Der kriegt so ein Hals, siehst du mir, sagt er, hey, Sie, 30 Rollentapeten sind übrig geblieben. Ja. 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 Einsen. Ja. 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 Vielen Dank.